Hallo zusammen und willkommen bei Screenshooters, willkommen bei einer neuen Flashback-Ausgabe. Wir sind auf dem Amiga unterwegs und wir schauen uns hier heute Xevious an. Xevious ist ein ganz, ganz, ganz frischer Port von einem Arcade-Automaten, der 1983 rausgekommen ist. Das Spiel wurde jetzt erstmalig tatsächlich 2023 für den Amiga portiert. Das Ganze bekommt ihr bei Itch.io. Verantwortlich dafür ist JOTD666. Und ja, das Ganze ist eine Arcade-perfekte Portierung, wenn ich das so richtig mitbekommen habe. Ja, da wurde der Original-Code genommen, wurde zerlegt und dann wieder für den Amiga umgesetzt. Beziehungsweise Teile des Codes konnten wir wohl scheinbar direkt dafür verwenden. Allerdings ist das schon sehr, sehr, sehr technisch. Da bin ich jetzt persönlich gar nicht so wirklich drin. Auf jeden Fall wurde das Spiel 1 zu 1 für den Amiga umgesetzt. Es läuft nur auf der Amiga 1200, wenn ich das hier so richtig gesehen habe. Ich kann es auf dem 500er nicht testen, weil ich den 500er hier nicht mehr aufgebaut habe. Credits gibt es dann noch an Mark McDougal für das Reverse Engineering und Jean-Francois Fabré, das ist der JOTD, der einen Amiga-Code und die Assets gemacht hat. André Dobrowolski für die Amiga-Musik und Namco natürlich für das Originalspiel. Ja, Musik höre ich jetzt bei dem Spiel, wäre ich ehrlich gesagt, dass du mal sagen musst, gar nicht so viel, aber es ist ja auch egal. Was gibt es sonst noch zu dem Spiel zu sagen? Ja, 1983 für den Akade-Automaten rausgekommen, dann für die verschiedensten Systeme, wo das damals tatsächlich portiert, Family Computer, Apple II, Atari 7800. Für das werden wir uns das übrigens auch mal angucken. 1986 ist das rausgekommen, dann ist es für den C64 rausgekommen, vielleicht habe ich es dafür auch. Ich muss mal schauen, ob ich das da irgendwie besorgen kann. Für das NES Famicom Windows gab es eine Version 2001 und ja, ein bisschen später dann auch noch für Game Boy Advance, Xbox 360, bla bla bla. Xavius ist eine Serie an Spielen, da gab es noch Super Xavius, Skrupter und ach, was weiß ich noch alles. Die kenne ich alle persönlich gar nicht, die sind später gekommen. Alles Shoot-em-Ups. Ich habe mir sagen lassen, dass es für das 7800er Atari System ein sehr, sehr, sehr geiler Shooter gewesen sein soll, einer der besten. Keine Ahnung. Ich würde sagen, wir springen jetzt mal hier rein. Wir brauchen unbedingt ein Zwei-Button-Joystick, weil anders kann man hier die Bomben nicht abschmeißen. Da wurde nichts auf die Tastatur gelegt oder sonst irgendwas. So, das sind die Bomben, die ich gerade hier abgeworfen habe. Und hier ballern. Ballern, was das Zeug hält. Und die Gegner werden hier dann mal eben vom Bildschirm geputzt oder auch nicht. Das werden wir uns alles gleich nochmal hier anschauen, ob ich das schaffe. Bam. Hier, Bombe abwerfen. Die landen genau da, wo das Fadenkreuz ist. Oben links steht, welcher Player dran ist. Zwei Spieler sind möglich. Ups. Die Highscore habe ich persönlich noch nie geknackt. Und unten links seht ihr die Anzahl Leben. Zwei Stück haben wir noch. Das heißt, ein bisschen können wir hier sterben. Aber das Spiel, das verzeiht ihr auch nichts. Also, das ist, bam, schon fies. Hier gibt es kein Versehen. Bist du getroffen, bist du tot. Da gibt es auch, ich habe zumindest nichts gefunden, dass es hier irgendwelche Power-Ups gibt. Also, mit dem, was man hat, muss man durchkommen. Oder auch nicht. Das werden wir sehen. Also, ich denke mal, es wird eher ein oder nicht werden. Da, 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 aufpassen. So. Ja, wie gesagt, Musik höre ich jetzt nicht viel. Ich höre nur im Hintergrund dieses Lass. Keine Ahnung, ob das die Musik sein soll. Äh. Aber viel Musik ist jetzt gerade nicht. Soundeffekte. Ja. Ein bisschen schießen. Ein bisschen. Ja. Das war's. Brauche es jetzt aber auch nicht. Lenkt nur ab. Wir kommen auch so zurecht, finde ich. Äh. Ich habe das, waah. Ich habe das Ganze schon einmal kurz eingespielt, um zu schauen, wie es überhaupt funktioniert. Und wenn er halt darüber gestolpert hat, dass es tatsächlich nur mit einem Zwei-Button-Joystick funktioniert. Den ich gar nicht hatte. Deswegen zocke ich das jetzt mit, äh, einem Adapter für das SNES. Und einem Playstation-Controller. Ich hätte jetzt, äh, auch den Komotron-Controller nehmen können. Aber den habe ich hübsch verdrahtet. Nein, verdrahtet natürlich nicht. Aber der ist an meiner Atari 2600 dran. Wollte ich das Ganze jetzt nicht abzupfen. Wenn ich doch eh das andere jetzt hier habe. Ist jetzt gerade auch wegen der Reichweite oder wegen der Erreichbarkeit vom Funk her. Mit dem Playstation-Controller angenehmer. So. Ein bisschen konzentrieren hier. Wie gesagt, das Ganze, äh, verzeiht hier nichts. Aber gut ist, dass die Gegner so ziemlich zumindest immer in den gleichen, waah, Wellen ankommen. Ai, 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 ai. Oh. Was eine fiese Nummer. Den Wellen muss man aber erstmal entkommen, die da waren. So, was ist das hier? Ach, du harnst es nicht. Das geht scheinbar nicht kaputt. Okay. Dem muss ich irgendwie ausweichen, damit ich durch die Nummer hier durchkomme. Oh, okay, 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 okay. Richtig fies. Aber wir haben es geschafft. Ist doch schon mal was. Oh, da kommen jetzt schon die ersten Gegner wieder. Arschis. Wir wissen uns ja zur Wertsetzen. Zu sitzen. Oh. Ja, 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 ja. Läuft. Mal ein bisschen den ganzen Kram hier ausweichen. Man muss nicht alles abschießen. Manchmal muss man einfach nur... Oh. Den Jungs einfach nur aus dem Weg gehen. Oh. Ist schon wieder so einer, der hier wild um sich schießt. Wo ich irgendwie... Oh. Das war knapp. Hä, hä. Loser. Gut ist halt, dass die Bomben, wenn man sie droppt, tatsächlich dem Fadenkreuz folgen. Das heißt, man kann sie abwerfen und dann noch ein bisschen steuern. Und so. Das war zu knapp. Und so kann man dem Ganzen nochmal ein bisschen nachhelfen. Wollen wir noch eine kleine Runde machen hier. Ja, komm. Wir springen noch einmal kurz rein. Push Start Button. Player One. Ready. Und dann springen wir noch einmal rein. Eine kleine Runde machen wir. Die Nummer... Buckt. Es gibt jetzt bei dem Spiel ja keine Extras oder sowas, die bei der Portierung eingebaut worden sind. Sondern das orientiert sich wirklich am... Oh. Das war knapp. Das war knapp. Am Arcade-Automaten. Und, äh... Ja. Finde ich jetzt gar nicht so schlimm. Muss nicht mehr Extras geben. Sondern einfach nur das pure Spiel. Und dann ist gut. Vielleicht hätte man... Aber das war... Nein. Hätte man nicht. Es ist eigentlich schön, dass das überhaupt jemand sich die Mühe gemacht hat, das Ding zu portieren. Und... Da gibt es kein vielleicht wäre, hätte wenn oder sowas. Sondern es ist einfach nur geil. Mir sagt, so willkommen bei Itch.io. Immer mit Name your own price. Vorgeschlagen sind da 5 Dollar. Ihr könnt auch mehr oder weniger zahlen. Das ist ja jedem selber überlassen da. Das, was einem halt das Spiel wert ist. Oder man meint es einem wert zu sein. Weil meistens weiß man ja vorher nicht, ne? Was man bekommt. Aber... Ich würde schon sagen, dass das Spiel hier sein Geld wert ist. Das dürfte ich für selber für euch dann entscheiden. Wenn ihr das Video gesehen habt. Wenn ihr euch das Game holt. Bam, bam, bam. Wie sagt jetzt die C64 Musik? Oder jetzt C64 Megamusik, was jetzt hier erwähnt wurde. Die höre ich nicht. Nur ganz, ganz, ganz leise. Keine Ahnung, was das ist. Das ist tatsächlich nur bei dem Spiel jetzt hier. Bam. Ah! Oh, das war jetzt aber vorhin wieder, ne? Also man muss schon ein bisschen aufpassen. Wenn man die Gegnerwellen so ein bisschen drin hat. Dann kann man ja sicherlich das eine oder andere abfangen. Ganz klar. Aber trotzdem gehört auch noch Glück dazu. Dass man immer richtig steuert. Dauerfeuer automatisch drin. Man muss ja so nicht Button-Smashing oder sowas machen. Mein Controller dankt es mir auch. Denn definitiv würde man hier rumballern wie so ein geistes... Bam! Ein geisteskrankes Kaninchen. Genug Gegnerwellen kommen nämlich hier. Tick, 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 tick. Das Spiel nutzt allerdings, das hatte ich noch gemerkt, einen etwas komischen Bildschirmmodus. Ich hatte, als ich das Ding angeschmissen habe, oben nicht die Highscore sichtbar und auch nicht meine Anzahl der Leben. Dann musste ich das Bild ein bisschen nachjustieren. Hätte ich jetzt die Indivision nicht drin gehabt, dann hätte ich das wahrscheinlich gar nicht machen können. Ich weiß es nicht, ich weiß nicht, wie das ist, ohne Indivision. Aber mir hätten halt der obere und untere Bereich gefehlt. Ich muss das Bild halt ein bisschen zusammenstauchen, damit die Bereiche sichtbar wären. Ja, das wird höchstwahrscheinlich ohne Indivision anders aussehen, weil dann der Bildschirmmodus anders durchgereicht wird. Keine Ahnung. Das ist halt jetzt ein Problem, was ich hier hatte. Also solltet ihr eine Indivision drin haben. Bäm, das war's. Könnte sein, dass ihr auf das gleiche Problem lauft. Da kommen jetzt Grafikfehler. Das ist ja spannend, dass ihr auf das gleiche Problem stößt. Und dann einfach dran denken, man kann ja bei der Indivision das Bild ein bisschen justieren. Und dann sieht man auch alles und dann ist auch alles feini. Ja, ich würde sagen, das reicht ja als kleines Gameplay zum Reinschauen. Ich werde das Spiel jetzt offscreen, offline quasi, nochmal für mich ein bisschen weiterzocken. Hoffe, ihr hattet so ein bisschen Spaß, hier reinzuschauen. Ich werde mal schauen, ob ich die Tage zumindest schon mal die 7800er-Version aufnehme. Je nachdem, wie ich das 7800er-System jetzt hier verkabelt und angeschlossen bekomme. Und ja, was bleibt noch zu sagen. Ich würde mich freuen, von euch zu hören, von euch zu lesen, von euch ein Abo zu bekommen. Ein Like, ein Hinweis auf neue Games, die ich mir anschauen soll. Ein Hinweis auf alte Games, die ich mir mal anschauen soll. Wie auch immer, was auch immer. Ich freue mich auf jeden Fall von euch zu hören und sage einfach mal, ciao, macht's gut, bis zum nächsten Video. Bye, bye. 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 Bye, bye.